Heute sprechen wir über die Last-Minute-Abitur-Vorbereitung und wie du so das Maximum aus deinen Abschlussprüfungen rausholen wirst. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Silio Eccl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Heute geht es um die Last-Minute-Abitur-Vorbereitung. Übrigens, wenn ich hier ganz an den Tisch komme, dann wackelt die Kerne, das ist immer echt scheiße. Wie ihr schon seht, ich bin, fuck man, ist ja echt krass. Wie ihr schon seht, ich bin wieder daheim und das bedeutet, ab jetzt wird immer in der gleichen Szenerie die Videos kommen. Heute immer noch im schlammer Look mit Kapuze, weil Bad Hair Day und so, ihr wisst, ab morgen dann immer schön im Hemd, damit das Ganze hier auch professionell ist. Und jetzt starten wir gleich voll rein ins Thema. Der erste wichtige Punkt ist, dass du, egal an welchem Punkt du lerntechnisch dich aktuell befindest, du dich nicht verrückt machst und du dich auf gar keinen Fall dafür verurteilst, dass du beispielsweise zu wenig gelernt hast. Denn es bringt dir nichts. Das ist eine ganz einfache spirituelle Praxis im Prinzip, einfach zu sagen, hey, die Vergangenheit ist die Vergangenheit und die können wir nicht ändern. Es geht nur darum, was jetzt im Moment ist und wie wir im Moment handeln können, damit unsere Zukunft besser wird. Und da bringt es dir überhaupt nichts, darüber zu lamentieren oder zu heulen. Ich meine, wir wissen es alle. Wir sind alle Prokrastinierer. Und es geht einfach nur darum, jetzt dann zu sagen, okay, das ist so, ist so gewesen, whatever. Vielleicht lief es dir auch gut, dann ist es umso besser. Aber wenn es nicht so gut lief, dann einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt hier einen Cut, ich habe jetzt noch so und so viele Tage bis zu meinen Abiturprüfungen und die nutze ich maximal. Als zweiter Schritt ist es dann ganz, ganz entscheidend, dass du dann wirklich aber sagst, okay, für die Phase von jetzt bis zu meiner Abiturprüfung und durch die ganze Abiturprüfung hindurch, gebe ich wirklich Vollgas und mache wirklich das Abitur zu meiner absoluten Top-Priorität. Denn nur wenn du dieses Abitur zu deiner Top-Priorität machst, dann wirst du auch so viel Fokus drauf legen, dass du wirklich das absolute Maximum rausholen kannst. Und ich verspreche dir eine Sache, für all die jetzt, ich fokuse nämlich jetzt gerade vor allem auf Leute, die in Bayern das Abitur machen, weil in vielen anderen Bundesländern die Sachen schon durch sind und ich mich hier in Bayern am besten auskenne und da weiß ich, dass ihr noch nächsten Mittwoch eure erste Matheprüfung habt. Wenn ihr bis dahin wirklich sagt, hey, ich gebe bis dahin Gas, ich gebe bis dahin Gas, ich gebe bis dahin Gas und dann auch von Prüfung zu Prüfung zu Prüfung zu Prüfung, dann werdet ihr ganz, ganz viel Erfolg damit haben. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr bisher noch nicht so viel gemacht habt. In diesem ganzen Prozess würde ich euch dann als dritten Schritt empfehlen, dass ihr wirklich einen Tag für jede Prüfung habt. Jetzt gehen wir das erste Mal von der Matheprüfung aus. Wenn ihr die am Mittwoch habt, dass ihr beispielsweise sagt, okay, bis Sonntag lerne ich noch richtig Hardcore, von mir aus auch bis Montag, je nachdem wie spät ihr mit allem dran seid. Und dann sage ich mir wirklich, okay, ich kann das jetzt und dann wiederholt ihr die Sachen nur noch so, dass ihr, wie soll ich sagen, immer wieder ein sicheres Gefühl bekommt. Man kann in meinen Augen so auf zwei Arten lernen. Die erste Art ist dieses Lernen, wo man vielleicht noch vieles sich auch anschaut, was man einfach nicht weiß. Das bedeutet, ich lerne Sachen, die ich noch nicht verstehe, gehe da tiefer rein und da ist es aber auch in Ordnung, wenn ich es noch nicht verstehe, weil ich weiß, ich habe noch genug Zeit zum Lernen und ich werde es schon irgendwie hinbekommen. Und dann bekommt ihr es langfristig hin. Und dann gibt es dieses Lernen, wo man halt hauptsächlich noch wiederholt, Sachen, die man schon kann, wo man sich sicher ist, wo man auch, wenn man es dann macht, nicht mehr so viel lernt, weil man es ja eigentlich schon kann, aber man kriegt vor allem nochmal diese Sicherheit zu wissen, dass man alles drauf hat und so auch in der Prüfung performen wird. Und diese Art von Lernen würde ich euch für den Vortag und vielleicht auch für den Vor-Vortag zur jeweiligen Prüfung empfehlen, weil ihr da einfach nochmal voll in eure Routinen reinkommt. Ihr kommt voll in die Gewohnheit, diese Aufgaben zu bearbeiten und vor allem sie auch richtig zu machen. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil wenn du, stell dir vor, du lernst am Abend vor deiner Matheprüfung nochmal und merkst, dass du jede zweite Aufgabe überhaupt nicht lösen kannst. Du wirst vollkommen verrückt in die Prüfung reingehen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr eine gewisse Zeit, das müsst ihr für euch selber ausmachen, wie es so am besten passt, für eine gewisse Zeit vor der Abiprüfung selber dann Aufgaben so wiederholt, dass ihr wisst, ihr kriegt da immer wieder, immer wieder ein positives Gefühl, damit ihr dann gestärkt in die Prüfung reingeht. Das Selbstvertrauen in der Prüfung habt, über das ich ja in den vergangenen Videos schon oft gesprochen habe, damit ihr dann wirklich auch die beste Note rausbekommt, die ihr schlussendlich haben könnt. Und wie immer gibt es als letztes hier wieder einen geilen Bonustipp zum Ende. Der ist einfach, plant euren Prüfungstag. Plant euren Prüfungstag. Ich weiß, dass ich ein Video schon mal aufgenommen habe. Dazu, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es schlussendlich auch hochgeladen habe. Wenn nicht, wird es auf jeden Fall noch kommen. Und zwar, wie du deinen Prüfungstag planen solltest. Das ist ganz, 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 ganz entscheidend. Wenn du nicht weißt, was an deinem Prüfungstag passiert, dann musst du am Prüfungstag dir wieder so viele Gedanken über so viele Kleinigkeit machen. Wann stehe ich auf? Wann muss ich überhaupt los? Wann fährt mein Bus? Können mich meine Eltern fahren? Fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule? Was esse ich überhaupt? Was brauche ich für Sachen? Und wenn du das im Vorhinein schon geplant hast, wirst du deine kompletten mentalen Ressourcen voll auf die Prüfung verwenden können. Und dementsprechend auch einfach besser performen und so schlussendlich die bessere Note bekommen. Deswegen ganz, ganz wichtig, sei dir im Vorhinein, bevor der Prüfungstag eintrifft, schon klar darüber, was du am Prüfungstag machen möchtest, damit du dann den vollen Fokus hast und deine bestmögliche Note bekommst. Ganz am Ende von dem Video nach dem Abspann kommt noch mal eine kleine Motivationssession. Und da packe ich ja manchmal auf Outtakes rein, nur damit ihr da Bescheid wisst. Ich hoffe, dass euch diese Tipps mega helfen konnten. Wenn ihr dazu noch zu einem anderen Thema Fragen habt, immer in die Kommentare. Ich beantworte euch alle oder mache auf jeden Fall sogar ein Video dazu. Ich wünsche dir das Allerbeste beim Lernen. Gebt richtig, richtig Gas. Ich gebe Gas für euch, ihr gebt Gas für euch und gemeinsam rocken wir die Abiturprüfungen. Ich hoffe, ihr kriegt euren Traumnoten-Schnitt. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Und hier mal übrigens noch fürs Ende vom Video. Ich habe hier bei der Entrepreneur-Universität so ein richtig geiles Armband bekommen. Einfach Break Your Limits. Leute, Break Your Limits. Und das Abitur, ich sage es euch, das Abitur ist so eine geile Möglichkeit, wirklich mal Grenzen zu verschieben. Haut da mal wirklich einen raus mit euer ganzes Umfeld. Und ihr selber auch mal checkt, zu was ihr eigentlich möglich seid. Deswegen haut rein, ich sage es euch, es wird euer fucking Leben fällen.